Die Festung Bastille. Das berüchtigste Gefängnis Europas. Ihren Patienten wird das Gedächtnis bei der Aufnahme entzogen. Nach Absitzen der Strafe erhalten sie ihr Gedächtnis zurück. Ohne Erinnerung an ihr früheres Leben sehen die Gefangenen der Bastille keinen Grund auszubrechen. Diesen perversen Strafvollzug leitet Madame, die grausame Direktorin der Bastille. Als höchste Herren ihrer Hirne kann nur sie allein auf die Server in der Gedächtnisverwahrung zugreifen. Nach meiner Verhaftung war ich dort mit den anderen Erroristen eingesperrt. Nun schickt Edge mich zurück. Um meine Kameraden zu befreien und mein geraubtes Gedächtnis. Zugegeben, die Aussicht auf eine Rückkehr dorthin erfüllt mich gleichzeitig mit Hoffnung und Schrecken. Nur Madame hat Zugriff auf die Bastille-Gedächtnis-Server. Finde diese Hündin. Finde heraus, wie du da rankommst. Finde. Finde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Geh mir dein Gesicht! Ich nehme meine Augen! Ich will das nicht verloren! Sein, schnell frei! Wir sind wirklich an! Gattels! Aus den Führten, du vernisst! Enttösch mich wieder! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Eine durch Lieber zerstörte Drohne? Das muss ein Kampf gewesen sein. Gegen diese Maschinen werde ich nicht ankommen. Gute Idee. Versuch, das Detektionsmodul aus dieser kaputten Drohne zu retten. Gott sei Dank. Dein Zen-Zen zeigt nun alle Fängerdrohnen in deiner Nähe. Sehr praktisch. Geist. 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 Das war's für heute. 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 Je weiter unten sie dich haben, desto mehr nehmen sie dir weg. Sie nehmen dir Erinnerungen ab, wie Gürtel oder Schnürsenkel im Knast. Wie... Wie tief bin ich gefallen? Hey, Schwester. Nillen. Dieser Ort hat keine Macht mehr über dich. Wie geht's? Wie geht's? Ja, ja, ja. Untertitelung. BR 2018 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 Alle Überfallkommandos beim nächsten Panoptikum-Koordinator melden. Bitte kontrolliert eure Termin für Achtung der Patienten. Untertitelung. BR 2018 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 Ha, Sergeant Vaughn, so sehr ich Ihre Leistung zu schätzen weiß, ein Mindeststandard ist bei den Probanden, die Sie anbringen, dennoch erforderlich. Ich brauche gesunde Exemplare, keine Halbtoten. Ja, ja, schon gut. Füll das blöde Formular aus. Achja, gerade rechtzeitig. Ich werde Madame von ihrem Niveauverlust berichten, mal sehen, wie sie das findet. Oh Mann, wirklich? Das wäre einfach toll, Arsch. Ich kenne ihn. Sergeant Vaughn. Ein schlechter Mensch. Der Schlimmste. Er kennt das Sicherheitssystem genau. Seine Bugs, versteckte Funktionen. Folge ihm und klau seine Geheimnisse, sonst kommst du nicht an Madame ran. Ja, hallo, ihr Schönen. Zeit für eine Leibesvisitation. Ja! Ja, hallo, ihr Schönen. Zeit für eine Leibesvisitation. Ja, hallo, ihr Schönen. Das ist sie. Das ist sie. Ich muss sie. Ja, sie können. Ich versteckte mich! Ja, ich versteckte mich! Ich weiss, wir uns auf. Ich versteckte mich. Ich versteckte mich. Ich versteckte mich. Ja, ich versteckte mich. Ja! Ja, ich versteckte mich. 4. 4. 6. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 12. 12. 13. 14. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Die Schwerzone beginnt gut auf die Tasche 12 bis 17. Ihr Offizier 1242, konfrontiere Flüchtlinge. Die Schwerzone beginnt gut auf die Tasche 1242, konfrontiere Flüchtlinge. Die Schwerzone beginnt gut auf die Tasche 1242, konfrontiere Flüchtlinge. Die Schwerzone beginnt gut auf die Tasche 1242, konfrontiere Flüchtlinge. Ich bin einig, ich bin einig, ich bin einig, ich bin einig! Ich bin einig, ich bin einig, ich bin einig, ich bin einig! Ich bin einig, ich bin einig, ich bin einig! Ich bin einig! Ich bin einig, ich bin einig, ich bin einig! Ich bin einig, ich bin einig, ich bin einig! Ich bin einig, ich bin einig! Ich bin einig, ich bin einig, ich bin einig! Ich bin einig, ich bin einig, ich bin einig! 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 Ich bin einig, ich bin einig, ich bin einig! Ich bin einig, ich bin einig! Ich bin einig, ich bin einig! Ich bin einig! Untertitelung des ZDF, 2020